hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge eines 19 ps4 der felsbrunnen heute mittwoch woche ist halb geschafft neue aufnahme mal gucken wo wir stehen geblieben sind überall hier waren wir glaube ich am rühmen verladen den hat man hier mal abgestellt den muss man gucken ich glaube trotzdem hat man ja färblich abgerampelt kommen auch nur sämaschinen schon dahin da haben wir überall soja hatten würde ich sagen da mal raps anpflanzen wir können erst mal gucken es ist um kreuz gewachsen wir haben jetzt mal sehen maschine unterflügen sozusagen aber sonst müssen wir nichts weiter machen können wir direkt ansehen nach der 14 1 2 2 2 So lassen wir erstmal einen Helfer machen. Er wird zwar oben und unten irgendwelche Lücken gelassen, hier wollten wir glaube ich unseren Pressure leer machen. Ich kann erstmal einen Helfer einstellen, der ist noch nicht ganz voll der Pressure. Und eigentlich war ja wichtig, dass wir unser Feld dazwischen, weil der Sojapreis hat man ja verkauft, glaube ich für 1808, genau. Er ist immer noch so bei der Bahnstation müde. Müssten wir zusehen, dass wir so viel wie möglich Soja abkriegen. Wird noch zu dem Preis verkaufen können. Den Helfer müssen wir auch wieder einstellen, dass er letzten beiden Rüben macht. Wir müssen mal sehen, ob die alle wegkriegen. Sollen wir mit dem Rest in den Lkw fahren. Das hier oben waren wir Bäume aufladen. Sollen wir durch den anderen Träger, ist klar. Sollen wir das erstmal mit Hand tragen können, das geht schon. Soviel kleine werden hier nicht mehr rumliegen, denke ich mal. Dann sind wir noch etwas abgeschnitten. Einfach zu schwer sein. Genau. So. So. Liegt natürlich nicht ordentlich drauf. So. 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 Ja, aber erstmal stehen. Ja, aber erstmal stehen. Und danach doch noch ein Klepper rum. War mir doch so, als hätten wir unten noch was kleines abgeschnitten. Mhm. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sieht ordentlich aus. Das soll es aber erst mal folgt gewesen sein. Die Ruin-Missionen werden wir morgen abschließen oder vielleicht behalten wir den LKW noch. Sie schließen sich noch nicht ab, um damit noch ein bisschen Soja abzufahren. Aber das werden wir dann sehen. Also vielen Dank noch einschalten. Bis dahin und tschüss.